Hi, ich bin Tina von Scherde Design Papier und heute zeige ich euch, wie ihr aus einem Herrenhemd eine Off-Shoulder-Bluse machen könnt. Dazu braucht ihr natürlich ein Hemd, das euch am besten überall zu groß ist, eine Schere, eine Nähmaschine oder wahlweise krasse Handnäh-Skills, außerdem einen breiten Gummi. Pyjama-Gummi ist besonders weich und elastisch, zudem noch Stecknadeln und eine Sicherheitsnadel oder Büroklammer. Als erstes geht es dem Hemd an den Kragen, das schneidet ihr unterhalb des Kragens einmal durch. Als nächstes müsst ihr euch einen Tunnel für den Gummi abstecken. Achtet dabei immer darauf, dass der Tunnel gleich breit bleibt. Dann wird genäht, entweder mit der Hand, viel Geduld und Fingerspitzengefühl oder mit der Nähmaschine. Aber bitte noch nicht ganz zunähen, schließlich braucht ihr noch einen kleinen Eingang für das Gummiband. Am Ende noch die Enden des Gummis zusammennähen und fertig! Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal!